Untertitelung des ZDF für funk, 2017 «Uns macht einzigartig, dass alles made in rein ist. Von der Auftragsverfassung zur Datenübernahme bis zur Produktion und Ausrüstung. Alles wird in unserer eigenen Produktionshalle produziert. Wir zeichnen uns einerseits durch unsere hohe Flexibilität aus und andererseits durch laufende Produkte während der Herstellung, Drückkontroll- und Qualitätsprüfinstanzen. Nur so können die kurzen Produktionszyklen eingehalten werden.» Das perfekt eingespielte Team von Comro zählt 23 topmotivierte, bestens ausgebildete Mitarbeiter. Ihres Fachwissen und modernste Produktionsmittel machen die reibungslosen Prozessabläufe überhaupt erstmöglich. «Was ist das oberste Gerät, das ihr habt in Bezug auf die Produktion?» «Für die Firma Comro Rona AG ist es sehr wichtig, dass wir umweltverträglich produzieren können. Das heisst, wir werden jegliche Druckerzeugnisse, die wir bei uns im Haus herstellen, lösungsmittelfrei produzieren.» «Gamro setzt in ihren Vier-Kern-Bereichen ausschliesslich Digitaldruckmaschinen der neuesten Technologien ein. Somit kann sie beste Druckqualität garantieren. «Wir haben über 15 Jahre Erfahrung in dem Business. Wir gehören zu den Pionieren im grossformatigen Digitaldruck und haben den Markt wesentlich mitgeprägt. Dauernde Investitionen, zum Beispiel in die weltweit schnellste digitale Plakatdruckmaschinen oder im letzten Herbst in vollautomatische Plattendruckmaschinen, liefern unübertreffliche Qualität und Leistung, was sich schlussendlich im Preis widerspiegelt.» «Für grossformat Werbung empfehle ich Comro Rona AG im Rhein.